32. Die Bedingung Jakob rief seine Söhne zu Rate, bis herab zu Sibulon, Zehn an der Zahl, und sie saßen alle vor Hemor, hoben die Hände und wiegten die Köpfe. Die tonangebenden Älteren waren nicht die Männer zuzugreifen, als hätten sie sich Besseres gar nicht erträumen können. Ohne Verständigung waren sie einig, dass mit Muße bedacht werden müsse, was aus der Lage zu machen sei. Dina, ihre Schwester, Leas Tochter, die eben mannbar gewordene, liebreizende, unbezahlbare Dina, für sichem Sohn Hemors, das war selbstverständlich der reiflichsten Überlegung wert. Sie erbarten Bedenkzeit. Sie taten es aus allgemeiner Handelsfähigkeit, aber Shemion und Levi hatten noch ihre besonderen Hintergedanken und halbbestimmten Hoffnungen dabei. Denn keineswegs hatten sie auf ihre alten Pläne verzichtet und was die Wasserverweigerung noch nicht herbeigeführt hatte, das wuch, so dachten sie hier vielleicht, in sichems Wünschen und Werbung heran. Bedenkzeit also drei Tage, und Hemor, etwas beleidigt, ließ sich davontragen. Nach Ablauf der Frist aber kam sich ihm selbst ins Lager hinaus, auf einem weißen Esel, um seine Sache zu führen, wie der Vater, der keine Lust mehr verspürte, es von ihm verlangt hatte und wie es auch seiner Ungeduld lieb und natürlich war. Er führte sie nicht händlerisch, verstellte sein Herz nicht im Mindesten und machte kein Hehl daraus, dass ein wahrer Brand nach Diener der Dirne ihn verzehren. »Fordert, keck«, sagte er, »fordert, unverschämt.« »Geschenke und Morgengabe, sicher bin ich, der Burgsohn, herrlich gehalten in meines Vaters Haus, und beim Baal, ich will's geben.« Da sagten sie ihm ihre Bedingung, die erfüllt sein müsse, bevor man überhaupt weiterrede, und auf die sie sich unterdessen geeinigt hatten. Genau ist hier die wahre Reihenfolge der Geschehnisse zu beachten, die anders war, als später die Hirten im schönen Gespräch sie anordneten und weitergaben. Nach ihnen hätte sich ihm sofort und unvermittelt das Böse getan und listige Gegengewalttat herausgefordert. In Wirklichkeit aber entschloss er sich erst, vollendete Tatsachen zu schaffen, als die Jakobsleute sich vor ihm ins Unrecht gesetzt hatten und er sich hingehalten, wenn nicht betrogen sah. Sie sagten ihm also, vor allen Dingen müsse er sich beschneiden lassen, das sei unumgänglich, wie sie nun einmal seien. Und wie es um ihre Überzeugung stehe, würde es ein Gräuel und eine Schande in ihren Augen sein, ihre Tochter und Schwester einem unbeschnittenen Manne zu geben. Die Brüder waren es, die diese Stipulation dem Vater nahegelegt hatten, und Jakob zufrieden, einen Aufschub durch sie zu gewinnen, hatte auch grundsätzlich nicht umhin gekonnt, ihr zuzustimmen, obgleich er sich über die Frömmigkeit der Söhne zu wundern hatte. Sichem lachte heraus und entschuldigte sich dann, indem er den Mund mit den Händen bedeckte. Weiter nichts, rief er, und das sei alles, was sie verlangten, aber, meine Herren, ein Auge seiner rechte Hand sei er dahin und daran zu geben und bereit für Dinas Besitz. Wie fiel er dann also einen so gleichgültigen Körperteil wie die Vorhaut seines Fleisches? Beim Sutter, nein, das biete wirklich gar keine Schwierigkeit. Sein Freund Beset sei auch beschnitten, und nie habe er sich das Geringste dabei gedacht. Nicht eine einzige von Sichems kleinen Schwestern im Haus der Spiele und Lüste werde den geringsten Anstoß nehmen an diesem Wechfall. Das sei so gut wie geschehen, von der Hand eines leibeskundigen Priesters vom Tempel des Höchsten. Sobald er geheilt sei am Fleische, komme er wieder, und er lief hinaus, seinen Sklaven winkend, dass sie den weißen Esel brächten. Als er sich wieder einstellte, sieben Tage später, so früh wie möglich, kaum noch genesen, behindert noch von dem gebrachten Opfer, doch strahlend von Vertrauen, fand er das Familienhaupt verritten und verreist. Jakob vermied die Begegnung. Er ließ seine Söhne walten. Er fand sich nun dennoch ganz in Laberns des Teufels Rolle eingerückt und zog es vor, sie in Abwesenheit zu spielen. Denn was antworteten die Söhne dem armen Sichem auf seine hochgemute Eröffnung, die Bedingung sei erfüllt, es sei keine solche Läpperei gewesen, wie er sich vorgestellt, sondern lästig genug. Doch nun sei es geschehen und erwarte den süßesten Lohn. Geschehen, ja, antworteten sie, geschehen möglicherweise, sie wollten's glauben, aber geschehen nicht in dem rechten Geiste, ohne höheren Sinn und Verstand oberflächlich, bedeutungslos, aber geschehen einzig um der Vermählung willen mit Dina, dem Weibe, und nicht im Sinne der Vermählung mit ihm. Geschehen außerdem höchstwahrscheinlich nicht mit einem Steinmesser, wie es unumgänglich sei, sondern mit einem Metallenen, was allein schon die Sache fragwürdig bis nichtig machen. Ferner besitze Sichem, der Burgsohn, ja schon eine Haupteheschwester, eine erste und rechte Rehuma, die Herr Witterin, und Dina, Jakobs Tochter, würde nur eine seiner Kepsweibe abgeben, woran nicht zu denken sei. Sichem zappelte. Wie sie wissen könnten, rief er, in welchem Geist und Verstand er das Unannehmliche vollzogen und wie sie jetzt nachträglich mit dem Steinmesser herausrücken möchten, da sie doch verpflichtet gewesen wären, ihn deswegen gleich zu bedeuten. Kepsweib? Aber der König von Mithani selbst habe seine Tochter Gulichippa genannt, Pharao zum Weibe gegeben, und sie ihm mit großem Geprängen hinabgesandt, nicht als Königin der Länder, Thehe, die Göttin, sei Königin der Länder, sondern als Nebenfrau, und wenn also König Schutarna selbst? Ja, sprachen die Brüder, das seien also Schutarna gewesen und Gulipicher, aber hier handele es sich um Diener, Tochter Jakobs des Gottesfürsten, Abrahams Samen, und dass die nicht Kepsweib sein könne zu Shechem in der Burg, das werde bei besserem Nachdenken wohl sein eigener Verstand ihm sagen. Und das habe Sichem für ihr letztes Wort zu erachten, sie hoben die Achseln, breiteten ihre Hände aus, ob sie ihn mit einem Geschenke erfreuen könnten, zwei oder drei Hammeln vielleicht? Da war es mit seiner Geduld zu Ende. Er hatte viel Ärger und Last gehabt um seines Begehrens willen. Jener Priester vom Tempel hatte sich keineswegs als so leibeskundig erwiesen, wie er von sich ausgesagt, und nicht zu hindern vermocht, dass Hemors Sohn Entzündung, Fieber und Argeschmerzen hatte ausstehen müssen. Dafür nun dies? Er stieß einen Fluch aus, dessen Meinung war, die Existenz der Jakobs Söhne auf die Gewichtlosigkeit von Licht und Luft zurückzuführen und den sie mit raschen, geschickten Bewegungen von sich abzuleiten trachteten und stürzte davon. Vier Tage später war Dina verschwunden.